So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Minecraft. So, wir haben hier angefangen, uns einmal mitten quer durch den ganzen Berg zu ackern. Und wir brauchen... Ach nein, da. Gut, wir haben Holz. Entschuldigung, Fehler vom Dienst. Was ihr da im Hintergrund hört, ist Diablo 2. Ich denke, er ist so hier. Schöner, ruhiger Soundtrack. So, was habe ich denn heute alles vor? Also mein Hauptziel ist es eigentlich, hier mit diesem einmal quer durch ackern fertig zu werden. Weil das Dekorieren, das können wir jederzeit machen, aber das Grundgerüst sollte meiner Meinung nach doch schon relativ früh dann schon stehen. So, da hauen wir mal hier einfach mal den Dreck aus der Kante. Und gucken dann erst mal weiter, was wir denn... Oder wie wir das dann halt überdachen. Wie wir die Pfeiler ziehen. Vor allen Dingen, wie wir auch ab sofort hier hochkommen. Weil jedes Mal hier so komisch, diesen Berg so mit Mühe und Not hier hoch zu klettern. Naja, ich weiß nicht. Ist nicht mein Ding, jedes Mal so einen riesigen Aufwand zu betreiben. Deswegen würde ich sagen, werden wir uns halt demnächst mal eine Treppe hier so hoch bauen. Wir können das Ganze ja eigentlich auch als Festung ausbauen. Eine schöne, coole Festung. Aber, ähm, hm, ähm... Aber es ist sehr aufwendig. Eine Festung braucht halt... Ne, ne, eine Festung brauchen wir nicht. Zumindest nicht hier an dieser Stelle. Vielleicht irgendwann mal später. Aber momentan... Ähm, lehne ich eine Festung dankend ab. Und da ging die erste Eisenspitzhacke kaputt. Ja, bisschen ärgerlich. Aber was soll's? Wir haben ja noch eine im Rapportoir. So, das holen wir hier auch mal weg. So, diese Säule können wir lassen. Das muss definitiv raus. So. Cleanstone. Hier und hier und dort und da. Ich könnte mir ein wunderschönes, großes Fenstern machen. Und genau, das machen wir auch. Und ein Minecraft-Sound. Wunderschön. Herrlich ruhig. So, wie halt ein guter Spiele-Sound mitunter auch sein sollte. Denn das Leben, liebe Freunde, besteht nun mal nicht nur aus Action. Hm. Hm. Und da geht der letzte Cleanstone-Flöten. Hm. So. So, halt. Der raus. Der raus. Gravel natürlich auch und dann stellen wir halt erstmal alles irgendwie so Pi mal Daumen hier so ran, aber ans Fenster, wie wir hier sehen, können wir das Ganze nicht stellen, weil das sieht dann ziemlich kacke aus, wenn da nämlich sich alles mit dem Fenster verbindet. Muss ja nicht sein. So, hier oben auch. So, hier können wir eine wunderschöne Glaswand hinsetzen. Okay, hier haben wir, das ist ja die größte Glaswand, naja, was heißt die Glaswand, das ist halt... Jo, ein Wand... Fehler... Ohne Halt... Was haben wir denn jetzt? Auch aus dem Ordner Games? Ach, das war noch mit hinten dran in den Minecraft-Sound. Na gut. Ah, einer hat gefehlt. So. Wunderschön, ging jetzt schneller wie gedacht. Und wir sollten uns irgendwo... vorsichtig... So. Ähm, mal ein paar Bäumchen hinpflanzen. So. Den Sand hier reißen wir jetzt einfach deswegen mal komplett raus. So. Grünen kann das Ganze ja später auch noch. Und Fable. Das dürfte, glaube ich, Bower Stone sein. Haben wir die Monster eigentlich schon wieder angeschalten? Werden wir ja gleich feststellen. Wenn's dann auf einmal hinter uns geht, dann wissen wir, die Monsterwaffe angeschalten. So. Aber bis jetzt sieht das alles eher so monsterlos aus. Nein, wir haben sie angeschaltet. So. Wir brauchen Holz. Holz bekommt man... ... am besten... ... mit Slapplings. Hier haben wir ein Slappling. Ähm... ... und hier haben wir etwas Bogenmeer. Und hier... ... können wir uns... ... noch mehr Bogenmeer machen. Und hier haben wir noch eine Axt. Perfekt. So. Jetzt schlafen wir mal fix in der Absenker. So, fertig. Die Sonne steht hoch. Die Sonne steht weit. Das kann sie ja auch. Sie hat ja Zeit. Was ist denn überhaupt für ein Baum? Ist das ganz normale? Ne, das sind doch die... ... die... ... ähm... ... Dschungelbäume. Ist mir letzten Endes auch egal. Ich überlege grad, wieso ich jetzt... ... wieso ich Holz brauche. Wieso habe ich Holz benötigt? Ach ja, genau. Gut. Mir ist das wieder eingefallen. Nein, das ist doch anderes. Holz. Hm. Komisch. Na, zu wenig. Eins. Zwei. Drei. Na, noch ein vierter. Kommt schon. Perfekt. Dann... ... lassen wir sie halt mal wachsen. So. Und zwar benötigen wir ganz dringend Holz... ... für Zäune... ... für unseren Außenbereich. In dem wir sagen wir höchstwahrscheinlich dann trotzdem ziemlich viele Monster besuchen kommen. So. So. Mhm. Aber es langt... ... noch nicht ganz. Was? Ich brauche noch... Ich brauche noch... ... 16. 16 Stück. Eins. Zwei. Ein Apfel. Zwei. Au. Ah, das klingt jetzt irgendwie richtig brutal. So. Wunderherrlich toll. Wunderherrlich toll. Hm. Und irgendwann sollten wir auch mal wirklich... ... wirklich mal wieder schauen, dass wir nach Hause kommen. Ich habe Sehnsucht. So große Sehnsucht. Und ich habe mich gerade vertan. Und ich brauche noch mehr. So. Genau. So und so und so und so. Und Kohle benötigen wir auch. Und ach du Schande, was wir denn nicht alles benötigen? Und hier der Garten grün schon. Einfach nur wunderschön. Mit einem wunderbaren Blick über das Meer. Cool. So, vorsichtig. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Na ja, noch eins zerfen. Na ja, noch eins zerfen.